Herzlich Willkommen zu einem neuen Shop Video. Es gibt heute wieder ein Skinder nach langer Zeit zurückgekehrt. Wir werden uns das Ganze jetzt anschauen. Wenn euch die Videos gefallen, würde ich mich natürlich riesig über eine Wertung auf dem Video freuen. Lasst gerne mal ein Abo da und ich würde mich auch über Feedback in den Kommentaren freuen. Und ja, der Finsterbomb ist tatsächlich mal zurück. Der hat jetzt auch im Prinzip die eigene Seltenheit, nämlich den Dunkelstier. Ich glaube, den gibt es ja auch als Waffenlackierung. Genau hier, Kevin hat ja auch im Prinzip den eigenen Seltenheitsgrad, nämlich als Dunkel. So ist es jetzt auch bei dem Set. Wir beginnen allerdings erstmal mit dem Skin von gestern. Heißer Draht ist ein heißer Skin, kann man sich auf jeden Fall kaufen. Ein ganz cool Backpack. Dazu die Megavoltz Spitzsacke. Ist ja im Prinzip ein Elektroschocker. Und dann habe ich hier eben halt den Finsterbomber. Ja, der war schon eine ziemlich lange Zeit nicht mehr drin. Hat einmal über den ganzen Körper so eine Animation von den ganzen Runen. Hat auch ein eigenes Backpack. Ist eben halt dadurch im Prinzip entstanden, als der ursprüngliche Farbenbomber im Prinzip zu nah an den Würfel kam. Und dann ist dort im Prinzip eine doppelte Person entstanden und die wurde eben halt so als böse Person gemacht, nur nicht als farbenfroh, nicht so als farbenfroh eben halt. Dann gibt es das Donnerrost, das reaktiv ist. Ich glaube, umso häufiger man schlägt oder umso mehr Damage macht, umso roter wird das Horn. Sieht auf jeden Fall cool aus. Dann habe ich hier Glüh für der Dunkelheit. Ist auch ein nicer Gleiter. Mit coolen Effekten. Blitzeffekte überall. Gefällt mir auf jeden Fall. Aber hier das Drift Set mal wieder. Hier mit dem Sommer Drift. Hinten mit der Wasserpistole. Auch mit verschiedenen Stilen. Einmal mit Hemd und einmal ohne Hemd. Dazu passend gibt es die Zwillingsklinge. Eine Doppelspitzhacke. Sieht auch ziemlich cool aus. Dann den Drift Wolf, eine animierte Lackierung und den Drift Stream als Gleiter. Mit normalerweise ganz nice Effekten, wenn man die Effekte angestellt hätte. Dann haben wir hier die verwiegende Duellanten. Ist ein ganz nice Skin. Hat auch zwei Stile. Hinten mit den zwei Säbeln. Sieht das auf jeden Fall cool aus. Dann haben wir einfach einhändig vom Showdown-Event. Das, was der Roboter am Ende gemacht hat, ist auch nice. Dann haben wir Lama Konga als Fortbewegung. Ist auf jeden Fall auch nice. Dann haben wir den Sternstab. Auch eine ganz nette Spitzhacke. Hüftpfeffer auch noch als Fortbewegung. Sieht das. Kann man auf jeden Fall kaufen. Dann haben wir noch den Verge-Scan. Ganz in Ordnung. Ist jetzt aber nichts allzu Spezielles. Das war es dann mit dem Shop-Video. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Und dann bis zum nächsten Video. Ciao. Ciao.